Ich möchte dir heute drei Tipps geben für den perfekten Business-Start. Das erste ist die richtige Erwartung. Erwarte auch Herausforderungen und schwierige Zeiten. Es wird nicht immer nur gut laufen. Es wird Zeiten geben, wo es vielleicht auch mal schlechter läuft. Zweiter Tipp, Entscheidung. Du brauchst nicht nur eine Entscheidung. Du musst dich immer wieder entscheiden und zwar jeden Tag. Drittens, Umsetzung. An der Umsetzung lernst du das meiste, weil genau da wirst du Fehler machen. Und an Fehlern wächst du. Das heißt, Umsetzung bringt dich richtig, richtig weit und lässt dich anstatt nur einen Schritt direkt zwei machen. Und wenn du mehr Tipps haben willst, folge mir, speichere den Beitrag ab, kommentiere, sei immer dabei. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du Teil meiner Community wirst.